Wir bonken dem jetzt fett eine rein, Alter. Da ist er ja. Jungs, der beste BB-Spieler. Pass auf jetzt. Jo, jo, jo. Wait, der staggered nicht? Oh mein Gott. Jetzt aber, Jungs, hier. Das kommt mit in die Highlights rein. Sauber. Jungs, was steckt der denn ein? What the fuck? Oh mein Gott. Wie nennt man einen Seeräuber, der sich nie wäscht? Meerschweinchen. Alter, wie viel Leben hat der denn noch? Holy shit. Geht doch. Oh. War, war, war aber. Just as expected. Wunderbar. Wer zur Hölle mag, freiwillig diesen Lebenshammlos ohne kommen. What? Der, der, der Chat mit Ton. So, hier war ja auch noch ein Bait. Einfach eine Double Snake. What the fuck? Alter, was haben die da wieder geraucht, Junge? Die Japaner. Wait, actually? Wait, actually? Ich rede ab morgen kein Wort mehr mit dir. Jungs, cancel mich doch nicht. Nur weil ich Luis mag. Ein Herz für Luis. Hört auf. Er hat auch ein bisschen Liebe verdient. Er hat auch ein bisschen Liebe verdient. Nein, darfst du nicht. Ein Herz für Luis. Nein. Du darfst, du darfst auch wieder. Wieso wollen die alle eine Umarmung? Mann, ich will keine. Bro, nein. Alter, was geht hier ab? Jo, was? Woher kommt der jetzt her aus der Ecke? Woher kommt der jetzt her? TTS mob wenigstens du mich nicht. Actually verdient, Alter. Actually verdient. Ich nehme zurück. Ich mag Luis nicht mehr. Er bringt nur Unglück. Der ist der Vater. Der ist der Vater von Unglück, Alter. Mann. Das war jetzt Karma. Weiter, Luis. Hamlos ohne Tonja. Willst du jetzt VLLT schauen, was unter dem Aufzug ist? Hör auf. Nein. Probier's noch dreimal, Ellen. Ich glaube, beim dritten Mal werde ich's vergessen und probieren. Ich warte, ist es dann soweit. Wenn ich abgelenkt genug bin, dann ist es soweit. Oh, schau mal hin, hier. Hier. Oh, nein. Ach, das ist mein Endgame. Ja. Ja, actually. Der, der war... Ja, ich höre auch, Alter, Junge. Der hat das einmal geblockt. Was ein Chat, Alter. Junge. Die lege ich mich nicht an, Alter. Weg, 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 weg. Bro, wo ist mein Cash? Wo ist mein Cash? Meine Runen, meine Runen. Meine Runen. Nein, nein, nein. Ich schwöre auch auf Murat sein BMW, dass da nur ein Secretpost darunter ist. Okay, wenn sein BMW, Alter. BMW ist heilig, Junge. Dann gucken wir gleich nach. Und da oben haben wir noch einer. Oh, man in dem Game jede Waffe, zweihändig tragen oder nur Ludwigs Kling. Oh, ich guck... Wer war das hier? Nein! Oh mein... Jungs. War nett, die 50k gehabt zu haben. Verabschiedet euch von denen. Richtig, die kommt. Die ist unterwegs. Nein! Ich hole wieder den selben Spot. Ich hole wieder den selben Spot. Fuck, was macht die Schlange da? Oha, oha, what the fuck? What, 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 what? Was ist das für ein Gebiet? Was haben die gesoffen, Alter? Da hinten wartet ein Schwein, Junge. Was ist das hier? Richtig, hier. Nein. Oh. Amtet. Einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Wunderbar. Nehmt euren Fluch zurück. Ich mag Hamilton nicht mehr. Ist schon okay. Erstmal den einen Gegner kloppen, der dich nicht auf dem Schirm hat. Wie nennt man das, wenn er 2G seine Runen wieder einmal verliert? Richtig, gell. Richtig, Karma. Richtig. Oh, get you. Okay, Jungs, nur für euch. Ich mag Hamilton nicht mehr und jetzt war ich nicht mein Respect wieder zurück. Passt auf den, was... Jetzt Twitch-Chat-Anarchie. Oh mein Gott, no way, Alter. Sogar der hat die Runen, Junge. What the fuck? Alter. Ich bin kein Chat, wenn ich den jetzt nicht parry. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich nehm zurück. Oh mein Gott. Irgendeiner wird doch connected. Nein. Kann man die überhaupt parryen? Kann man Schlangen parryen? Nee, doch nicht den. Nein. Richtig. Ich meine Runen zurück. Nein. Oh mein Gott. Get you. Get you. Musst du der Magier? Oh mein Gott. Ich muss den erledigen, Alter. So wie der Fight läuft, wird es gleich sehr witzig. Warum? Was gibt's denn noch? Junge. Bei so einem Gangbang verdienen die keine zweite Phase. Was kommt noch? Was kommt noch? Sind die... Sind die anfällig... Oh. Oh, die Deutschen sogar. Junge, was noch? Die Deutschen sogar. Was? Miyazaki, hör auf. Was hast du geraucht? Nein. Habt Mitleid. Ich bin nur ein armer Hamilton-Fan. Habt Mitleid. Don't do me like that. Phase 7 hat mich echt geschockt. Warte, hör auf, Junge. Actually, Phase 7. Actually, Phase 7. Was? Na, was? Was? Alleine aus diesem Grund. Keine Gnade mit mir. Junge, Phase 7. Man, I can't. I can't, Alter. Was geht da ab? Woher kommen die Schlangen? Alter, was ist das? Junge, Artillerie. What the fuck? At Eagle mit Spiegel, aber Phase 9 war brutal. Junge, hört auf, Alter. Eher spiel ich Visage, als neun Stunden, als neun Phasen hier zu fallen. Wenn die Schlange kommt, meine Fresse. Hey, Junge, hier kommt noch ne Schlange? Junge, als ob das nicht reicht, Alter. Haben wir genug Fiolen dafür, Jungs? Was? Wie hat er mich gehittet? Ich war 200 Meter weg. Gibt's Friendly Fire? Das muss ein Friendly Fire geben. Der hat ne 201 Meter Peitsche. Ja, sie... Aber warum auf einen Meter genau? Junge, lass mich nicht... Hör auf zu spammen. Jo, der hat actually ne 201 Meter Peitsche. Ein HP waren wir weg. Jawohl. Alter, den haben wir, den haben wir. Jawohl. Eins gegen eins. Hast du recht, ja. True, true. Sollten wir. Danach, danach. Oh, 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 oh. Ey, da hinten haben wir unsere Echoes 274. Ich will hier zurück. Warte, was? Jo, was? Was ist das? Ey, das war ja, das war ja kein Joke mit den Schlangen, Alter. Oh mein Gott, ihr hattet recht. Jetzt habe ich Angst vor Phase 9. Stimmt das? Kommt, gibt es ne Phase 9? Jo, gibt es eine? Jetzt labert nicht, Alter. Jetzt labert nicht, gibt es ne Phase 9? Hört auf damit. Ach, lol, wir haben keine Moon mehr. Oh mein Gott. Yes, go, 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 go. Jetzt nicht greedy werden, nicht greedy. Jo, nur Footsteps. Nein, nicht der schon wieder. Oh, oh, oh. Indie fressen. Nein. Das war nicht so gemeint. Richten sie es dem Anwalt aus, das war nicht so gemeint. Guck mal, da hat der mir die Zunge einmal tief in den Rachen reingesteckt, Alter. Lissack. Was? Jetzt ist er Spanier geworden. Ich schicke die Anzeige raus und bin Spanier. Ich verstehe sie nicht. Oh, hör auf jetzt damit. Hier, den Bitslap hast du ja verdient. War das nicht ein Lied? Asta esta mi loka. Was? Ke kan tan la mia mia la. Was? Hey, was? DMCA Strike gleich, Junge. Ja, was? Na, dann geb Gas, Egel. Richtig. Oh, je, je, je. Ach, was? Bei dem Tempo mache ich mir da keine Sorgen. Bei dem Tempo machst du noch einen Permadeath. Bei dem Speed machst du noch einen Permadeath vor mir fertig. Ey, Jungs, wie schlage ich mich? Wie schlage ich mich? Actually gut, oder? Nein, ich greete. Nein, nein, ich habe gegrete. Was, die lebt noch? Bro, nein. Ja, gut, der werte Herr will auch kein Geld von mir. Seine Donationseite sagt 404 Euro. Stimmt, da war ja was. Wait, du hast die Action hier ausgetestet? Lol. Oh, ja, die, äh. Can confirm. Was, du, irgendwie, ihr habt die beide ausgetestet? Oh, my, jeez. Change accept. Wer die Seite zuerst knackt, dem Schenkchen sub. Nein, actually, der Link ist absolut, äh, invalid. Richtig, das ist, das ist noch der, ähm, ich hatte mich ja davor renamed. Das ist noch der alte rename, äh, das ist noch der alte name. Deswegen ist der Link actually absolut invalid. Aber das ist, äh, 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 äh. Stell dir einen imaginären Mittelfinger jetzt vor. Äh, 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 äh. Ladies, wie emotet man? Mach nen Salto. Wie nen Salto, what the fuck? Arschboembe. Arschboembe. Äh, 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 äh. Warte, echt rein? Hier rein? Warte. Jump? Da sind Wellen. Wieso sind da Wellen? Ich jump nicht. Ich vertraue euch nicht, Alter. Rein da in die Olga. Okay, say no more. Yo, Action in die Arschbombe, Alter. Action in die Arschbombe, Alter. Was ist das denn? Fuck, warte, stimmt. Oh nein, oh nein. Wir wollen doch leveln gehen. Wir haben mich abgelehnt. Fuckin' hell. Wer ist das? Alter, die müssen dringend Bloodborne rematen, Junge. Was sind das für Pixel auf jeden Fall? Actually, yes. Wer ist Rom? Heißt die so? LoL. Ihr habt euch, warte, Raven hat doch R und Om mit M. Ihr habt euch einfach ein Morse-Code geschickt, oder? Oder was? Stop it. Ach, wir haben ihre Schwester gekillt. Und das ist jetzt Rom, oder was? Ja, dann rein da. Was? Die heißt ja echt Rom. Und ihre Mutter heißt CD Rom. Der ist gut, Alter. Junge, what the fuck? Alter, woher kommen die Spinnen, Alter? Erstmal ins Beziele. Alter, das haut rein mit der Klinge. Nice. Und wieder full life. So, pass auf, Meister. Jetzt der Schaden. Jo, dreh dich um. Wunderbar. Ey, wie skippt mir jetzt alle Phasen, nicht nur zwei. Wie skippt mir jetzt alle Phasen. Ne, doch nicht. Ich weiß hier noch gar nicht, Auskuss. So wunderbar. Lololololololo. Vielen Dank.